Herzlich willkommen bei KFO Barbei, ihrer Praxis für Kieferorthopädie in Hannover, Laatzen und Langenhagen, spezialisiert auf die Behandlung von Kindern. Wir wissen, wie wichtig ein gesundes und schönes Lächeln für Kinder ist. Unser erfahrenes Team arbeitet mit modernen Methoden, um Zahn- und Kieferfehlstellungen frühzeitig zu erkennen und effektiv zu behandeln. Warum frühzeitig? Wir empfehlen einen ersten Besuch beim Kieferorthopäden bereits im Alter von sieben Jahren. Denn zu diesem Zeitpunkt können wir das Wachstum des Kiefers optimal lenken und mögliche Probleme frühzeitig angehen, für ein strahlendes Lächeln ein Leben lang. In unseren Praxen bieten wir eine entspannte, kinderfreundliche Atmosphäre, in der sich ihre Kleinen wohlfühlen können. Ihre Kinder stehen bei uns im Mittelpunkt. Besuchen Sie uns in Hannover, Laatzen oder Langenhagen. Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind.